Lucy? Lucy, gehst du mal zum Arzt? Oh, die isst dich selber? Die ist ein Vogel? Die isst dir ein Vogel. Los! Ich hab gedacht, die kommt jetzt jede Minute von hinten. Ja, das ist jetzt nutzlos. Ich glaub, die kommt auch von hinten. Geh mal weiter. Da ist dieser Vogelkäfig! Ja, ja, ich hab's gesehen. Foto. Wir müssen durch die Tür. Wir haben kein Feuer mehr. Das ist so eklig Spiel, der von mir liegt. Oh mein Gott. Was ist das für ein kranker Raum? Wie kommt er wieder? Der krank ist. Da ist sie! Wo? Da ist sie! Nein, nein, nein! Geh da rein! Geh da rein! Wo ist sie denn? Du gehst da hinten, da im Spielzahn, weil du dich fast bewegt. Kann ich kein Feuer mehr nehmen? Doch. Wieso ging das denn vorhin nicht? Keine Ahnung. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Gehst du einfach irgendwo? Wo lang? Ich seh nichts. Ja gut, wenigstens bist du nicht dumm. Seh ich grad. Dein Gehirn-Status. Links oder rechts? Geh? Hier lang? Oh nein! Doch. Wir folgen der. Meist du, das ist gut? Kein. Ja, geh mal zu ihr. Sag mal, alles gut. Alles gut bei dir? Sie steht ja nur so da. Ja, und gleich kommt sie sich auf uns zu gerannt oder so ein Scheiß. Nee, die steht nur da. Ich geh nicht zu der. Ah, die kommt erst, wenn du dumm bist. Geh mal. Und du verwehrt bist. Warte, 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 warte. Vielleicht haben wir Glück. Ne, wir haben kein Glück. Ich glaub, die kommt. Jetzt sind wir von da gekommen, gell? Ja, ja. Wir müssen da lang. Ja, ich geh mal zu her. Sie schreibt so. Wirklich. Vielleicht musst du rundherum gehen. Ja, Lichtmacher. Ja, viel bringt das nicht. Ich glaub, wir wenigstens ein bisschen liegen. Da hinten brennt Licht. Da müssen wir hin. Oh! Hey! Er schreckt mich nicht so. Komm, was? Es gibt noch einen anderen Weg. Hier lang. Sie ist weg? Ne, die ist nicht weg. Die steht immer noch da. Da geht diesen Weg, ja. Es gibt nur einen Weg nach vorne. Oder links. Oh nein. Das ist eine Sackgasse. Da komm, wir müssen bei ihr, Dürr. Ja, ich glaub, du musst sie einfach schlagen, oder so? Ich kann nicht schlagen. Oder einfach ein Foto machen, oder? Geh nochmal, komm. Hast du das gesehen, Mann? Die hat sich weggebeamt. Genau, Mann. Oh, da ist ein Bild. Da ist sie. Ich glaub, sie macht jetzt gar nichts. Ich hab ab. Ja, ja, geh mal. Oder? Nein, wieso, 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 wieso? Ich hab nichts getan, ich hab nichts getan, du dumm Kuh! Ah, verdammt! Hey, vorhin bist du so... Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, wo ich jetzt gleich eine Großaufnahme beim Schneiden machen werde. Das hat sie so behindert, wie sie so... Aber wir müssen doch zu der Tür. Was müsste ich denn da machen? Ich glaub, es ist echt langsam spät für dich, ne? Nein, ich habe den falschen Checkpoint geladen. Er hat den richtigen Checkpoint, automatische Speicheln. Genau, richtig. Leidige Scheiße. Ey. Ich bin gerade im Überlegen. Rechts war ja wirklich dieses Bild gewesen. Ich glaube, wir müssen dort irgendwas machen, glaube ich. Wenn die nicht sofort auf uns zurennt. Ich hoffe es nicht. Vielleicht wieder hintergehen oder so. Also, erst mal. Ja, klar. Also, erst mal Tabletten. Ah, du siehst doch den Fach, wie viel du hast. Du hast noch ein paar Stück. Ja, ich habe es gemerkt, ja. Kamera? Feuer? Also, hier ist eigentlich relativ gefahrlos. Oh, die war da rechts. Nein, das ist das da. Die stand da. Ich schwöre es, ich habe ihr Fuß gesehen. Und das ist ein Bett? Okay. Sogar dein PC erdankst, dass er leckt sein bist. Ja, ich merke es. Jetzt müssen wir eigentlich dasselbe normal machen. Jetzt haut die ab. Warte. Hallo. Geht es dir gut? Ja. Und jetzt hier links, was ist hier? Da rechts. Das ist der Vogel. Meinst du, wir sind hier am Licht sicher? Vielleicht müssen wir alle Licht einschaffen. Kann das sein? Ja, vielleicht sind wir aber auch sicher hier beim Licht. Oder du musst an hier vorbei. Ah, ich verstehe. Meinst du? Die sieht uns, wenn wir... Vielleicht sieht sie dich im Licht nicht. Kannst du die Lampe mitnehmen? Guck mal, da rechts ist sie. Oh, jetzt kommt sie her. Machen wir Futter. Die kommt her. Ja. Die kommt zu uns. Nee. Doch. Das ist nur dort vorne. Hä? Aber ich checke es nicht. Die weiß nicht, wo sie langlaufen soll. Dann navigiere sie in der Weg. Ich muss die abhängen. Ich muss durch die Tür da hinten. Du kannst mir sagen, was du willst. Ich muss die abhängen. Wann mal? Ah, da ist sie jetzt. Oh! Da kommt sie eben hin. Wie schnell ist die? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts, aber... Wo können wir die am besten abhängen? Hier lang, ja. Bitte kommt sie jetzt nicht von vorne. 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 Bitte steh es nicht vor mir. Oh! Scheiße. Ich glaube, ich war zu schnell gewesen. Man muss wirklich fangen spielen. Ja, ja, wir müssen durch die Tür kommen. Ich meine, wer will schon mit dir fangen spielen um die Zeit? Scheiße. Nein, nein, nein. Ich hoffe, die Nachbarn hören uns nicht. Natürlich hören die uns. Was glaubst du? Wir wollen dein Geschrei hören, die. Ey, das ist doch nicht mehr normal, ey. Okay. Wir machen es genau gleich. Ich lock sie wirklich da hinten rum. Aber ich glaube, ich war zu schnell gewesen. Ist deine Tabletten hier mehr? Ja, natürlich. Geben, wer weiß. Also, wenn so ein krankes Mädchen zu mir in die Praxis kommen würde, wenn ich Arzt wäre. Äh, krank schreiben Leben lang. Also. Hier sind wir safe, das weiß ich. Und ich will die eigentlich auch so locken. Du willst sie locken? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kenne mich hier jetzt schon ein bisschen aus. Genau. Was ist, wenn du gleich links gehst? Jetzt sofort? Ja. Keine Chance. Da reist sie. Ja, du musst einfach mal einmal runter. Ah, warte. Und jetzt? Vorbeigehst? Nee, das ist zu knapp. Du musst dich schon wirklich herlocken. Komm. Oder müssen. Die krankes Kind kommen. Ich hätte die Lampen vielleicht einschauen können. Ja. Ähm, hier lang? Genau. Bist du sicher? Ah, die Lampen ist gut. Ja, die ist gut. Dann sehen wir sie, wenn sie kommt. Ich hoffe, sie kommt nicht von hinten. Wo ist die? Keine. Scheiße. Ich höre sie. Ich höre sie, aber ich sehe. Ah, die läuft wieder zurück. Ja. Ich habe eine Idee. Ich habe wirklich eine Idee. Stecke ich im Schrank. Ja, so. Ja, so. Komm her. Ah, jetzt ist sie dort rechts gegangen. Ja, ja, ich weiß. Jetzt kommt sie so plötzlich hinter dir. Angst habe ich, wenn das Feuerzeug aufhört. Die Lampen ist aus. Scheiße. Vielleicht muss die Lampen aus sein, oder? Okay. Okay, jetzt ist sie bestimmt. Jetzt ist sie sicher. Wenn sie jetzt kommt, dann kannst du rennen. Naja, ich müsste sie jetzt da kommen, nicht? Doch, sie kommt ja wieder. Bitte, bitte, komm. Ich habe Angst, dass sie von hinten kommt. Scheiße. Wo ist die? Sag mir bitte, dass es der hier weint. Nein. Ist die wieder zurück? Scheiße, das ist nicht mal. Ich werde mir nicht so viel fragen, ey. Ey, das ist so gut gemacht mit dem Blitzlicht. Die ist wieder zurück. Verdammt, ey. Was ist das? Da hinten war noch eine Tür. Mach mir jetzt nicht noch mehr Angst. Fuck, wir sind wieder am Anfang. Hä, ich bin im Kreis gelaufen. Ja. Von hier sind wir gekommen, gell? Ich glaube nicht, ne? Doch, doch. Ach, scheiße. Wie viele Vögel hatte die immer. Das ist mir gerade vollkommen egal. Ich will nur nicht diese scheiß Tür da hinten. Die ist wieder zurück. Wo? Da ist sie. Komm her. Soll ich es riskieren? Und hier vorbe... Ja, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich muss schnell... Ich hab mega Angst. Ich weiß ja nicht, wie schnell die ist, die Olle. Komm, komm. Geh auch, oder? Ah, da ist sie. Kommt sie, kommt sie nicht. Ich weiß nicht, ist der sie umgedreht. Ja. Ne. Oh, du. Rinn. Jetzt. Rinn um dein scheiß Leben. Jetzt. Jetzt haben wir es. Ich seh nichts. Ja, geh einfach. Nach vorne. Wenn sie jetzt da vorne steht, dann... Nein, nein. Jetzt mach die scheiß Tür auf. Geh nach vorne. Und nach hinten, keine Ahnung. Bitte. Willst du mich verarschen? Ne, wir müssen noch den Schluss... Da, geh mal da links. Hat es da was? In diesen... Da. Ach, du scheiß... Du weißt, die kommt wieder zurück. Ja, ja. Irgendwo muss noch der Schlüssel sein. Aber vielleicht kommt sie jetzt nicht mehr dahin. Die kommt. Ich höre sie. Weißt du, sie nie kommt. Ja, sie kommt. Oh, wir sind im Arsch. Ne, sie sieht nicht. Natürlich sieht die mich. Ich seh dich nicht. Wenn du sie nicht siehst, sie seht sie auch nicht. Oh, ich seh sie. Dann. Alter, wir brauchen noch den Schlüssel sogar. Ey, das ist jetzt mega fies. Ohne Scheiß. Ich dachte... Hast du nicht diesen Schlüssel? Ne, vom Käfig... Ah, nee, das war diesen... Vom Käfigraum brauchen wir den Schlüssel. Ey, ich hoffe, der ist irgendwo am Anfang. Und nicht irgendwo jetzt da hinten, dass wir... Ich glaube, das kann gut sein, dass dieser Schlüssel... Mach doch automatische Speicherung, nachdem du die Tablette genommen hast. Ja, da musst du nicht immer die Tablette nehmen. Vielleicht ist er hier? Ne, ich kann hier... Aber jetzt automatisch... Ich mach die noch weiter vorne, die automatische Speicherung. Ja, hier kannst du sie. Eigentlich können wir den Schlüssel suchen, bevor man zu ihr kommt. Eben, deswegen gucken wir erstmal alles, weil die kommt ja... Hä, ist das normal, dass wir die jetzt schon hören? Ach, vielleicht hat's schon begonnen. Ne, ist der letzte Speicherpunkt. Ja, ja, wir haben sie schon gehört. Haben wir jedes Mal die gehört, ja? Aber speichern wir jetzt? Noch nicht, erst wenn die so wegfliegt, weißt du? Ja, aber dann beginnt sie ja... Nein, die bleibt ja da hinten, nur wenn sie uns... Die läuft ja immer wieder zurück, wenn wir nicht zu nah sind. Die läuft ja immer wieder zurück da hinten. Das ist gut, ich glaube... Ne, aber... Wir müssen erstmal alles durchsuchen hier. War eigentlich, dass das auf dem Papier, wo ein Hinweis geben könnte, wo der Schlüssel ist, oder so? Was haben wir im Inventar? Ne, nur den Kellerschlüssel, dort war ein Käfigschlüssel. Also muss ein Schlüssel für den Käfig sein. Da, da. Ach, scheiße, ich lachte schon. Das ist ja so schon schwer genug. Was war dieser Hinweis da rechts? Ich hab nichts mehr gesehen. Ah, du meinst bei dem Bild? Ja. Ja, du hast recht. Da gehen wir gleich mal gucken. Was ist das? Ah, noch ein Feuerzeug, nice. So, ne? Viel Glück. Ah, ich glaube, da kannst du immer wieder wohnen. Kannst du nicht? Ne, das kann gut sein, ja. Dann solltest du jetzt noch eins respawnen. Scheiße. Das ist so schon eklig genug, dass die einen verfolgt. Ja gut. Jetzt wissen wir ja, wie wir sterben, also können wir sie einfach sterben wir halt ein paar Mal und finden sie auch schon irgendwann, aber das ist ja schreckt trotzdem. Wenn du so konzentriert bist. Käfig, schlusser, Alter. Ich hab' nicht damit gerechnet, dass die jetzt da steht, Alter. Legit. Ja, und jetzt speichern. Komm, speichern. Ja, 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 ja. Geht nicht. Okay, aber wissen wir es... Schnell speichern, 5, F5, F5. Wir wissen jetzt wenigstens, wie es geht. Okay, jetzt musst du sie nur wieder fangen spielen und dann verfangen sie. Ja, komm her. Komm her, komm her, bitte. Komm weiter. Reicht noch nicht, gell? Nee. Reicht immer noch nicht? Nee. Reicht immer noch nicht? Nein, nein. Du musst noch ein bisschen lauter rum und jetzt springen um deinen... Yes. Und dann müssen wir den Schlüssel auch noch wieder... Da müssen wir noch interagieren, ja. Okay, aber die braucht, bis sie da ist. Das letzte Mal hat sie auch extrem lang gebraucht. Ah, vielleicht muss man die Lampen machen, weißt du so? Warte, jetzt müssen wir kurz kurz nachdrehen. Jetzt mach auf. Tschüss. Spring, was auch immer da kommt. Ja, perfekt. Oh. Okay. Uff. Puh. Ist das denn ein ekliger Raum, ey? Alles Käfige. Schau mal nach rechts. Da sind alles... Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Da ist ein Vogel. Das ist ein Puppe, oder? Ich dachte, das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Ein Holzvogel. Das ist ein fehl. Jan. Jetzt bist du wieder in dem Raum, wo du zurückgehst. Hey. Das checke ich jetzt nicht mehr. Jetzt bist du wieder. Na, nicht ganz. Das letzte Mal sind wir durch die Wand gekommen und da war leer, der Käfig. Ist geklemmt. Okay, das heißt, wir müssen hier... Irgendwas machen. Mach mal ein Foto. Vielleicht ist irgendwo so eine Markierung. Ich glaube, jetzt sterben wir... Die Tür ist weg. Die Tür... Oh, Scheiße. Das ist so geil gemacht, Alter. Und der Vogel ist... Was ist das von dem Vogel? Das ist ein Holzvogel. Da ist ein Auge. Wo siehst du ein Auge? Rechts, rechts. Wo? Links auf der Auge. Der Vogel ist weg. Der Vogel ist weg. Der ist weggefahren. Lucy? Lucy? Du bist immer zum Arzt. Oh, die isst sich selber... Die ist ein Vogel. Die isst den Vogel. Der Vogel ist nicht weggefahren. Die hat den gegessen. Lass ihn mal in Ruhe essen. Ich habe gew... Ich wette mit dir, wir kommen gleich wieder im Haus irgendwo raus. Okay, okay. Und was ist das jetzt? Das sind die Kuscheltiere. Das sind die Kuscheltiere von ihr. Das... Oh, nein. Dem werden wir noch begegnen. Glaub mir. Ich wette es mit dir. Was auch immer der mit der Lucy gemacht hat. Schau mal die Fotos an. Sieht man nicht. Ich kann sie nicht nehmen. Aber wenn du mit dem Blitz drauf gehst, dann kam was. Das Feuerzeug ist leer. Du brauchst nicht... Aha. Da wechsel mal. Du hast ja noch zwei Feuerzeuge. Was ist denn welche? Was sind Vögel? Alles so Vögel. Vielleicht musst du wieder untersuchen und irgendwas... Nein, ich komme da schon raus. Guck. Warte mal, gehen wir zur Nähe. Mach mal ein Foto nochmal. Schau mal. Wenn du ein Foto machst... Nee, auf das... Siehst du? Was denn? Auf die Fotobilder. Mach nochmal ein Foto. Siehst du? Da kommt etwas Weißes. Wo? Aha. Gut, okay. Aber man erkennt nichts. Keine Chance. Aber warum ist da eine Fotokamera aufgezeichnet? Wo? Da. Schau mal. Das hat er nicht gern. Schau mal. Ja, ja. Der hat das nicht gern. Wenn man ihn fotografiert. Ist nicht zu fotografieren. Warte mal. Nee, man sieht nichts gern. Das sind nur seine Spuren. Okay. Ich hab gewusst, wir kommen jetzt im Haus wieder raus. Da ist wieder diese Eisenbahn am Boden. Okay. Dein Magen hat mich erschrocken. Ja, mein Magen ist gerade tot. Leute. So spannend es jetzt auch war. Ich werde an der Stelle den Part jetzt beenden. Es tut mir mega leid, aber wir müssen jetzt hier aufhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mit mir dem Sinex aus Schreien zu hören. Sinex. 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 Und wenn ihr auf jeden Fall mehr davon sehen wollt, würde ich mich natürlich über ein positives Spielbekommen und euch freuen. Schreibt mir ein nettes Kommentar. Schreibt dem Sinex hier ein nettes Kommentar. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Haltet die Onsteif. Euer Nier. Und ciao. Daumen nach oben, wenn der Nier wieder die schrecklichen Stellen spielt. Peace, Leute. Peace. Euer Nier. Pas Wi'n Gerry. Baiva nosso RossPalاغ. Beidee. Beidee. Aus identity. Und lassega. Beidee. 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 Beidee.